Ja, liebe Leute, euer Influencer Marc Bellinghaus ist gerade an einem Tulpenfeld in Münster-Hildtrop vorbeigekommen. Und da muss man doch einfach mal stoppen. Das ist ja recht günstig. Und guckt euch mal, dieses Gelb, dieses Orange, dieses Rot, dieses Rosa. Unfucking fassbar. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Hier, die Natur. Es gibt keine bessere Künstlerin als Mutter Natur. Ein wahres Wort. Und hier diese pflücke ich jetzt auch. Die ist nämlich wunderschön. Wunder, wunder, wunderschön. Also, geht mal raus. Bringt eure Ärsche vor die Tür und geht mal ein paar Blümchen holen. Ciao, schönes Wochenende.